Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und meine Fresse ist das doch ein bisschen laut. Ich mach das mal ein bisschen runter. Sprache, kann man auch nochmal um eins, zwei runter machen. Ja, äh, Filmkörner mach uns hier. Ja, Filmkörner lass ich mal weg. Ähm, ja, Stop the Zombie in Rebel Without the Pulse. Ähm, ich glaube, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ja, äh, ganz genau aus welchem Jahr das Spiel war, müsste ich mir nochmal anschauen. Ähm, ja, ist jetzt auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, Anfang Juni 2021 oder Ende Mai 2021, ähm, als Neuauflage wieder rausgekommen. Und ich wollte halt einfach mal schauen, ob sich das Spiel, naja, wirklich noch so gut gehalten hat, wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, ich hatte zumindest damals beim einmaligen Durchspielen, äh, ich glaube, das war noch unter Windows XP-Zeiten, als ich das gemacht hatte. Äh, damals wirklich noch viel Spaß damit. Ähm, aber, naja, mal gucken, äh, ob's das Remastered, naja, Remake würde ich fast nicht sagen, Remastered eigentlich auch nicht. So inzwischen, ob die Neuauflage, sag ich jetzt mal, wirklich was ist für jemanden, ähm, interessant ist auf jeden Fall, dass wir zu zweit spielen können. Ich weiß nicht, ob das damals in der Original-Testion auch möglich war. Ich würde aber nicht lange schnacken, sondern gleich, äh, anfangen. Ich hatte nochmal kurz ein bisschen eingetestet. Wir nehmen natürlich Schwierigkeitsstufe Wahnsinn. Untertitel, Experimental Science und State-of-the-Art-Technologie, kreate ein futuristisches Paradies, die lights of which have never been seen. Das ist ein Stadt, äh, unlike any other. Free of crime, pollution, poverty, und andere urbanen Blights. Menial labor ist ein Ding des Vergangenes, dankz zu all den Robotsen, die Punchbowl rauf wie clockwork. People können nicht stoppen über ihn, und warum sollte sie? Punchbowl ist ein Modell von gut, olden American Ingenuity. Much of it developed by famed scientist Dr. Herman Wye, now a naturalized American citizen, working for the good guys. But who's funding this fantastic foray into futurism? Why, none other than billionaire playboy industrialist Andrew Munday. America's favorite rags-to-riches story is the visionary who's calling the shots in this town. At the grand opening ceremony this morning, the world's richest man had this to say. Here in Punchbowl, for the first time in human history, life is what it was meant to be, free of all unpleasantness. Why, someday the entire world will be like Punchbowl. But for now, it stands alone, a beacon of purity and human potential in a world of social upheaval and moral turpitude. Bold words from a bold man. But perhaps the only thing more unlikely than this orphan's rise to fame and fortune is the city he's built, where everyone is invited to drink their fill of the future. And no one has a care in the world. Ah! My goodness! Get your hands off my weenie! Good morning! Is everything okay? He stole my hot dog! Well, that wasn't very nice. Stealing isn't loud in Punchbowl. You'll have to give it back. Oh! If you'd like something to eat, I can show you one of Punchbowls many fine dining establishments. Yeah, go eat something else, jerk. Go on! Get out of here! What? Ja, so kann's natürlich losgehen. He stole my hot dog! Ja, und dann hat er halt dein hot dog. Woah. Oh, mein goodness! Ciao dich! Oh my! Looks like he's having some kind of brain seizure. We'd better find some way, relieving the pressure in his head. Oh my god! Not like this! That is just sick! Wow, you sure calm him down. He's not even twitching anymore. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Ja, so kann man's auch sehen. Oh, hoho, silly me! I haven't even introduced myself. I'm a GuideBot, here to provide any information you might need during your stay in our fair city. Would you like the full tour? Uh, no. Oh, come on. I can tell by the look on your face. You're gonna love Punchbowl. Follow me. We've got so much to see. I've got a whole data tape filled with 640 kilobytes of fun facts about Punchbowl. It'll take us a few hours to get through the whole thing. Why don't you walk around a bit so you can get your bearings. You get around pretty well for someone with a gaping hole in his stomach. If you like, we can visit Punchbowl General Hospital and have that looked at. Oh, but there's so much to see first. Come along. Ach, das klappt schon. Du bist wirklich ein netter Roboter, aber irgendwie scheinst du nicht zu wissen, was ein Zombie ist, oder? There seems to be some kind of commotion down the street. Never a dull moment in Punchbowl. Let's go have a look. Hallo, Fräulein. Mother... Father... Puh. Ich hab ja schicke Unterhosen an. Hallo, Officers. Könnt ihr mir helfen? Good morning, Officers. Be quiet, Guidebot. Alright, buddy. You're coming with us. But, Officer, we just started the tour. The tour's over. We don't want a sick bone in an ugly tie walking around on opening day stinking up the place. Nor do we actually want to touch that guy. Ugh. Exactly. So we're just gonna stand here, nice and quiet. And you are gonna get in the back of the squad car. And we'll all be happy. Well, I won't be happy. We're waiting. Tap, tap, tap. I guess you don't have any choice. Tap, tap. Let's not make this any... Please, not the throat. Ihr solltet ruhig mal aufpassen, der hinter euch steht, Freunde. I've got a wife and kids. Brains. Brains, genau. Freeze! Don't move! You're surrounded! What is it? Oh, I see. You've got gas. I'll just head over here for a minute while you, uh, relieve the pressure. I've got gas? How many are you going downtown? Hey, hands where I can see them. Ow! Brains! Stop eating me! Be careful! Oh, look at my brain! Stop eating me! Woo! Have you thought about changing your diet? You really should. Brains. Brains. Oh, we'll never get anywhere unless you push those fellas out of the way. Walk up behind one of them. Give them a gentle shove in the right direction. Good job. You're awake. Wonderful! Now we can continue the tour. Welcome to the future. Why don't you call your new friends over? First, stand perfectly still and transfix them with your steely gaze. So, yeah, come. Yeah. Now push those lips and whistle. Oh, Alter. Ich hab noch grad gewonnen. Habe ich doch. Oh, sag jetzt nicht, das muss ich in der Nähe von dir machen. Können wir jetzt bitte das Tutorial abbrechen? Hallo, ich will ja durch. Geht mit ihren Kicks. Geht mit ihren Kicks. Na gut, dann gucken wir euch. Und jetzt, ja. Geht's off. Oh, wir können sogar springen. Zack, hallo. Now, we still have a lot to see. And I don't want you collapsing of exhaustion before the tour ends. So if you feel tired or winded or in agonizing pain because someone just ran up and slugged you for no reason. Then feel free to take a few seconds to relax and recuperate. You'll feel much better after a few deep breaths. All right? Excellent. I'll be over by the gate when you're ready to tour the green. So we're sitting around with probably a few dozen like game ideas written up on one page a piece. And yeah, so we started talking about what if you were the zombie. Yeah, we actually had a, we had a vote. I remember we had a big meeting and there was a vote. And this was the only idea that everybody seemed to vote for. Well, it was like, you know, top five. Everybody had their top five. Right, right. Well, we all, we actually, we picked three. And this was the one that I think. Was in common. Yeah. It was one thing that seemed to keep popping up. There are a few other strong contenders too. Yeah, just barely beat out that game idea which was all stick figures. Just barely. Yeah. Interessant. Also, die Entwickler haben sich dann damals zusammengetan, um einfach mal zu schauen, äh, was für eine Idee, ähm, sie umsetzen wollen. Und letztendlich sind sie auf die Idee gekommen, Mensch, was wäre, wenn du selbst der Zombie bist? Ja, und so haben wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, also so haben offenkundig, äh, die meisten für dieses Szenario gestimmt. Und, ja, dann haben sie halt angefangen, das Spiel zu entwickeln. Und, ja, dann sind sie halt angefangen. Und, ja, dann sind sie halt angefangen, ja. Was? Du bist so schätztig, ja. Der wird ja das nicht aufgewachsen. Das ist mein Traum! Das ist mein Traum! Hallo Georg! Da hinten haben wir bestimmt einen Gustav Aha! Ey, ich war doch dran! Oh, Polizisten! Die schießen ja! Hilfe! Hallo? Würde ich euch mal drum kümmern? Danke! Es ist nicht nur eine! Das ist mein Traum! Das ist mein Traum! Was habt ihr denn da rein? Was ist denn? Was kannst du denn den Arm ausreißen? Blöde! Das ist herrlich, wie die rumreden Das ist mein Traum! Okay, hier drin gibt's nichts! Brains! Das ist mein Traum! Achso, du erzählst mir sogar noch was ein bisschen! Oh, da kommen noch mehr Polizisten! Hilfe! Hilfe! Wie wär's denn denn der mich mal ruhen lässt, dir Schweine? Wie wär' den denn jetzt so kalt genug? Einfach den Kopf abgeschau'n! Hilfe! 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 Krieg ich den noch bitte? Danke, danke, danke. Scheiße, das ist ein Borscheck umgefallen. Na super. Hallo! Vermut... Okay, da drüben müssen wir weiter. Gucken wir uns aber auch hier noch ein bisschen rum. Vielleicht gibt's jetzt wieder einen Kommentar... Oh. Dennett. Das ist nicht lustig. Hm. Hihihi. Dich hab ich erwischt. Ey lass mich in Ruhe, ich hab doch gar nichts gemacht. Schafft das? Schafft das? Oh, hat er leider nicht geschafft. Ach ja. Dreh dich um. Hm. Was mach ich denn, hä? Ich ess dich doch überhaupt nicht auf. Hilfe! Vielleicht hätte ich doch nicht wahnsinnig nehmen sollen. So, Zombie, los! Bleib sie an! Es sind nur noch drei. Oh, Scheiße. Du gehst auf. Ich kriege dich in. Hör auf, was mach ich denn? Was mach ich denn? Du, Zombie, Bastard! Wuhu, huu. Ah, ah. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ach, ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Na los, greifen wir an! Na toll! So, Freundin! Das hast du nicht wollen! Ach, Quatsch! Bring dich überhaupt nicht um! Denn ein netter, kleiner Zombie, der rennt hier ein bisschen rum um. Ich finde das Areal ist auch ein bisschen zu groß gehalten. Na ja, gut. Gehen wir mal den offiziellen Weg weiter. Andere Richtung, da lang. Oh, die Monorail! Monorail, Monorail, Monorail! Ich finde es auch lustig, dass wir auch immer die ganze Zeit hier eine Fluppe in der Gusche haben. Ähm, Zombies? Du siehst überhaupt nichts. Hallo, Freunde, helft mir doch mal! Ich krieg die doch nie alleine Platz! Oh, Gott! Oh! 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 die frage ob ich jetzt einfach nur den vorbeikommen muss oh gott wohl ich brauche nur reinspringen und 14 naja versuchen wir mal unseren Blick lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ey, 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 überlebe es, komm es hat gereicht morale ist die best way to get around the city what the hell is going on out there you would not believe the calls were getting at the station help me help me something's trying to eat my brain sounds like a sick dog or something you boys better lock things down mr. Monday wants everything perfect today masters out anyone else out of butts yep you